Ja, die muss sich halt erstmal drauf einstellen. Die hat nämlich keinen Plan. Völlig richtig schnuppern soll er. Manchmal fangen die so ein bisschen an zu kauen an den Hinterbeinen von den Stuten. Ja, so sieht das doch schon gut aus. Lass ihn ein bisschen Luft vorne, dass er gucken kann, wenn er möchte. Ja, lass ihn gucken. So, jetzt blinkert sie auch. Ja. Vielen Dank.